Ab Juli gibt es mehr Geld für die Rentner in Deutschland und zwar eine Rentenanpassung von über 4%. Nicht schlecht, oder? Reich macht diese Erhöhung die meisten Rentner aber nicht. Viele Deutsche träumen zwar von einem sorgenfreien Ruhestand, doch die Realität sieht oft anders aus. Denn die gesetzliche Rente deckt nur noch knapp die Hälfte der Lebenshaltungskosten ab. Schlimmer noch, immer mehr Rentner beziehen deshalb zusätzlich zu ihrer Altersrente noch die Grundsicherung. Deshalb wollen wir heute einmal berechnen, wie lange man arbeiten muss und wie viel man dabei verdient, um auf mindestens 2000 Euro Brutto-Rente zu kommen. Hi, mein Name ist Thorsten und unser Ziel mit dem Investment ist es, euch dabei zu unterstützen, richtig zu investieren, Steuern legal zu minimieren und dabei teure Fehler zu vermeiden. In Deutschland gibt es rund 21 Millionen Rentner. Also besteht natürlich auch mal bei euch die Frage, wie hoch wird denn meine Rente? Es gibt hier aber leider keine einfache Formel, die euch jetzt wirklich weiterhelfen kann, direkt zu bestimmen, wie man eben auf beispielsweise 2000 Euro Rente kommt. Witzig ist, wie das Ganze von der Rentenversicherung auf deren eigener Homepage beschrieben wird. Dort steht nämlich, wie sich die Rente berechnet, ist zwar kompliziert, aber nicht undurchschaubar. Aber schauen wir doch einmal an dem Beispiel, wie wir jetzt auf 2000 Euro Rente kommen, denn das wäre ja schon mal eine ganz gute Orientierung für dich. Die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland basiert auf dem System der Entgeltpunkte. Diese Punkte spiegeln wieder, wie viel man im Vergleich zum Durchschnitt aller Versicherten verdient und einbezahlt hat. Für das Jahr 2023 liegt der Wert eines Entgeltpunkts bei etwa 37,60 Euro. Wie sieht da jetzt die Formel dazu aus? Um eine Rente von 2000 Euro monatlich zu sichern, benötigt man daher rund 53,19 Entgeltpunkte. Wie erreicht man also diese 53 Entgeltpunkte? Übrigens lasst gerne ein Like da, wenn dir das Video bis hierhin gefällt und auch ein Abo, um einfach in Zukunft richtig investiert zu bleiben und teure Fehler zu vermeiden. Bleibt auf jeden Fall jetzt dabei, denn wir klären jetzt, wie viel man für die 2000 Euro Rente eben heute verdienen muss und wie viele Rentner überhaupt aktuell 2000 Euro Rente bekommen. Wie erreicht man also diese 53 Entgeltpunkte für die 2000 Euro Bruttorente? Dazu muss man erst einmal verstehen, wie sich die Rente zusammensetzt. Die Rente basiert auf den Arbeitnehmern eingezahlten Beiträgen und Personen, die länger oder mehr einzahlen, erhalten in der Regel auch eine höhere Rente. An der Stelle kann man jetzt die Formeln umstellen. Das sieht dann wie folgt aus. Um jetzt diese 53 Rentenpunkte oder Entgeltpunkte zu bekommen, muss man eben verstehen, wie das ganze System an der Stelle funktioniert. Um einen Entgeltpunkt zu erhalten, muss man so viel verdienen, wie der Durchschnitt aller Arbeitnehmer. Das heißt, aktuell liegt das durchschnittliche Brutto-Arbeitseinkommen bei rund 45.000 Euro oder 3.780 Euro im Monat. Das heißt, mit diesem Einkommen gibt es aktuell einen Entgeltpunkt pro Jahr. Bei einer angenommenen Lebensarbeitszeit von 45 Jahren ergeben sich damit aber nur 45 Entgeltpunkte. Also beispielsweise, wenn ihr von dem Alter 22 bis 67 Jahre arbeitet und dann immer mindestens die 45.000 Euro Brutto im Jahr verdient habt, kämmt ihr auf eben 45 Entgeltpunkte. Das heißt jetzt im Umgeschluss, dass man um 2.000 Euro Rente zu bekommen, man also im Schnitt mehr verdienen muss, um mehr Entgeltpunkte pro Jahr zu sammeln. Denn um eben auf die 53 Entgeltpunkte zu kommen, wären das im Schnitt bei 45 Jahren 1,182 Entgeltpunkte. Das wären aktuell einem Bruttoeinkommen von rund 53.600 Jahresbrutto bzw. im Monat 4.468 monatliches Einkommen notwendig. Aber auch hier wieder, wie gesagt, ihr müsst das über 45 Jahre im Schnitt haben und das ist gar nicht mal ohne, weil das werden nicht viele Leute schaffen an der Stelle. Übrigens, wenn ihr auf der offiziellen Seite der Rentenversicherung schaut, findet ihr dort die sogenannte Rentenformel. Die ist tatsächlich noch mal komplizierter, weil es beispielsweise auch Witwen- oder Waisenrenten gibt und eben nicht nur die Altersrente. Der sogenannte Zugangsfaktor und der Rentenfaktor sind hier jeweils eins und daher hatten wir das auch bisher nicht berücksichtigt. Bezeichnend ist meiner Meinung nach allerdings, dass die maximal verfügbare Anzahl an Entgeltpunkten im Online-Rechner 60 beträgt. Das zeigt also schon, wie hoch oder selten das anscheinend vorkommt. Und deshalb schauen wir uns einmal abschließend an, wie viele Rentner überhaupt 2.000 Euro Bruttorente aktuell bekommen. An der Stelle schreibt doch gerne mal eure Schätzungen in die Kommentare, wie viele der 21 Millionen Rentner in Deutschland aktuell 2.000 Euro Bruttorente bekommen oder mehr. Wie gesagt, rund 21 Millionen Menschen erhalten in Deutschland die Altersrente. Dem Rentenatlas Stand Ende 2022 können wir folgende Daten und Zahlen entnehmen. Hier also einmal die Renten für jedes Bundesland einzeln aufgelistet. Die bundesweite durchschnittliche Bruttorente beträgt 1.550 Euro und nach Sozialabgaben wie zum Beispiel der Krankenkasse liegt das monatliche Nettoeinkommen als Rentner im Schnitt bei 1.384 Euro monatlich. Also deutlich weniger als die gewünschten 2.000 Euro. Aber wie viele Rentner haben denn jetzt die 2.000 Euro Rente? Tatsächlich sind es nur knapp etwas mehr als 100.000 Rentner der genannten 21 Millionen, die auf solche Renten kommen in Deutschland. Zahlen jetzt zeigen an der Stelle nochmal schwarz auf weiß, dass viele Arbeitnehmer später von der Altersarmut betroffen sein werden. Nehmt das Thema also nicht auf die leichte Schulter. Vor allem Frauen sind von der Altersarmut besonders betroffen. Viele bekommen nur eine Rente von 850 Euro im Monat. Grund dafür sind unter anderem die hohe Teilzeitquote von Frauen, aber auch die Unterbrechung durch beispielsweise die Erziehung der Kinder oder die Pflege von Angehörigen. Übrigens verlinken wir euch hier ein weiteres Video zur Rente in Deutschland, dass ihr unbedingt schauen müsst. Denn tatsächlich werden wir hier einen Umbruch in den nächsten Jahren sehen. Und wenn ihr grundsätzlich von dem System der gesetzlichen Rente unabhängig werden wollt, müsst ihr jetzt anfangen zu investieren. Ladet euch dazu auch gerne meinen sehr beliebten 6-Schritte-Plan herunter. Den verlinken wir euch auch wieder unter dem Video und erfahrt, wie ihr aus eurem Bruttoeinkommen richtig Vermögen aufbauen könnt.